Let's rock. Ja, meine Zuschauer haben mir mal schon wieder Katzenbilder geschickt. Intro. Na jetzt. Ja, irgendwie vermisse ich das Intro. 50k Abos bis zum Facebook. Ja, das dann Jahre später kam. Oh ja. Oh, die ist aber süß. Ich wusste gar nicht, dass Katzen so klein sein können. Oh mein Gott, hör auf die Katzen zu mobben. Nicht nur Menschen mobben sich jetzt auch schon Katzen. Na man kennt das. Na gut, man hört ja draußen wirklich manchmal Katzen rumkrämen. Die Arme! Was? Wie? Kannst du bitte dich normal auf den Boden hinstellen, so wie jede andere Katze auch? Ich bin eine Banane und ich bin eine Katze. Was hat das jetzt mit einer Katze zu tun, die Banane? Und zusammen sind wir... Ah, verstehe. Oh mein Gott, bitte sag mir, dass das zwei verschiedene Katzen sind. Mama, kannst du mich... Die eine hatte bestimmt ihren Kopf so bestimmt... Ich will gar nicht drüber nachdenken. Anschubsen. Nicht so schnell! Ja, ich komm ihr Badezimmer reparieren. Ich möchte nicht wissen, was die Katze im Badezimmer reparieren möchte. Bestimmt kein Rohr. Was denn das denn bitte schon für Füße... Nein... Arme... Nein... Nein... Die sieht aus wie so ein Enter-George, Alter. Nein, mein Lieber, wir haben noch nicht Weihnachten und du bist auch nicht der Tannenbaum. Was... 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 Okay, ich weiß zwar nicht von wem oder was du dich verstecken willst, aber es funktioniert nicht. Was? Ich verstehe das nicht. Wieso bist du in einem... Genau. Kinderstuhl. Das ist keine Katze. Das ist ein... Nee. Also das sieht schon zum Teil aus wie so eine Hundekatze als... Was ist das, Alter? Ja, oder? Es ist ein Jämmerler, ich kriege euch auch nicht mit. Hau... Boah, die Katzen brücheln sich... Ja, Mama. Mir geht's... Kannst du dich bitte normal hinlegen, so wie jede andere Katze? Es ist ja gut, es ist ja gut. Es gibt auch Menschen, die so liegen. Was will man mehr? Kannst du bitte mal kurz kommen? Mama, ich glaube, ich habe harte A-A. Ich habe harte A-A. Genau, ich habe harte A-A. So niedlich umsprochen habe ich das auch noch nicht gehört. Komm aus der Spülmaschine raus. Kannst du aufhören in Sachen reinzugehen, wo du nicht reingehen sollst? Krasse Katze, die zieht bestimmt bei COD alle ab. Jonas, machst du die Xbox aus? Bitte noch 10 Minuten. Oh mein Gott, was macht die denn da oben? Junge, die wird irgendwann zu The Rock. Ich fühle mich nicht so gut. Mein größter Traum ist es, ein Po zu sein. Nein, dein größter Traum. Welche Katze wünschte ich nicht, ein Brot zu sein? Du musst nicht ein Brot zu sein. Brot, ich habe verstanden, Brot. Na gut, okay, wir machen weiter. Kannst du mich wieder so schütteln, so wie letztes Mal? Wieso ist eine Katze auf meinen Kopf? Wieso bin ich auf einen Kopf von einer Katze? Jetzt aber hier, da gab es doch so ein Horrorfee. Wo war das? War das bei The Ring? Ja, ich glaube, ich habe den Film nie geschaut. Nur mal so Ausschnittdauer. Ich glaube, da kommt doch das Vieh auch her, oder? Was hier so, das Mädchen war so komisch. Ach, was weiß ich. Machst du das? Wieso bist du ein Joghurt? Mama, Mama, guck mal, wie schnell ich bin. Oh, was war das? Oh, Mann, das Samba! Oh mein Gott, die war mal auf der Streckbank, die Katze, Alter. Oh, sehr geil. Ich glaube, ich habe einen Unfall gemacht. Ganz ehrlich, der sieht schon ein bisschen süß. Nein, ihr solltet mir Katzenbilder schicken. Nicht sowas! Ganz ruhig. Wir beide wissen, dass du das auch nicht willst. Bitte mach jetzt nichts, dummes, okay? Wieso bist du in einer Toilette? Hä, das ist ein Ente. Daher kommen also die Minecraft-Villager-Sound-Effekte. Jetzt verstehe ich einiges. Sehr geil. Ich muss dich leider enttäuschen, das ist nicht deine Mutter, sondern ein Huhn. Wieso bist du Teig? Ich werde endlich ein Bro- Nein, hör auf! Nein, werde kein Bro- Oh. Ich schwirr! Stellt euch mal vor, ihr geht bei Reviso an der Backstation vorbei und findet so ein Brot. Kein Brot sein! Was habe ich dir gesagt? Ich kann nicht aus dem Auto raus! Die Tür ist auf! Mama, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das ist gar nicht die McDonalds-Rutsche. Nein, das sind Kartoffeln! Kartoffel-Rutsche? Mama, ich kann immer noch nicht fliegen, obwohl ich einen Superman-Anzug angezogen habe. Stellt euch mal vor, jeder könnte einfach fliegen, der Superman-Anzug anzieht. Das wäre geil. Da würden nur noch Leute durch die Gegend fliegen. Schatz! Wie lange brauchst du noch? Ja, ich bin gleich fertig! Hallo! Was? Und hier der Thomas. Ich wollte beim Spielen kommen. Und da kann man nicht die Tür nutzen! Und hier vielleicht der Thomas. Wo ist Thomas? Hier kommt doch jedes Loch, Alter. Das kann man leicht falsch verstehen, aber ich meine jedes Loch. Was? Thomas! Was macht ihr da? Es ist nicht so, wie es aussieht. Es ist so... Bin ich nicht hübsch genug? Warum macht sie sowas? Ich werde nicht weinen. Ich werde nicht weinen. Ich werde nicht weinen. Sabrina! Zum letzten Mal, ich habe gesagt, dass ihr mir ein Bild von einer Katze schicken sollt und nicht von einem Tepp... Junge, die kannst du so leicht übersehen. Stell vor, du würdest dir gerade die Schuhe abtreten und trittst dann die ganze Zeit so auf der Katze rum und wunderst dich, warum dein Teppich so ein Geräusch macht so... Nochmal! Nochmal! Yo, need to know. Wusstest du das? Oh, wenn lange Beine haben? Nein! Was laberst du jetzt schon wieder? Wo... Wo ist das Katzenbild? Wow! Wow! Das ist... Das ist keine Katze! Das ist eine angeleinte Fliege! Zehn Minuten sind schon oben... Die... Die haben mich sowieso vergessen! Verdammt nochmal! Machst du das jetzt aus? Sie hat mich nicht vergessen! Das habe ich aber früher auch immer gedacht, wenn meine Mutter gesagt hat, noch zehn Minuten dann ausmachen und dann so elf Minuten später denke ich so... Geil, die hat's vergessen! Und dann kommt der Schrei... Machst du jetzt aus? Äh... Ja... Das war's dann mit diesem Video. Abonnier, Vlog aktivieren... Schade, das war's. Mach, Mann! Das war aber zu geil! Jetzt müsste ich aber alle durch haben! Und dann sind wir schon mal völlig... Und dann sind wir die erste Vorhinein! Und dann sind wir ja!